In diesem Video zeige ich euch eine weitere Trizeps-Übung, die ihr ganz einfach auch zu Hause machen könnt. Und zwar Dips mit einer Bank oder ähnlichem. Man kann da auch einen kleinen Tisch, Stuhl, was auch immer nehmen. Startposition ist so, dass wir nach vorne gehen und hier hinten die Arme so platzieren, dass sie senkrecht nebeneinander stehen. Die Handflächen zeigen in dem Fall nach hinten und die Schultern sind hier auch unter Spannung. Wir wollen hier nicht durchhängen, sodass die Schultern bei den Ohren sind, sondern die Brust kommt raus, die Schultern bleiben hinten. Und von dieser Position lassen wir uns nach unten ab, gucken, dass die Ellenbogen trotzdem eng bleiben und wir drücken uns aus den Ellenbogen, aus dem Trizeps wieder nach oben. Nach unten und hoch. Auch wichtig hierbei, wir wollen nicht aus den Beinen arbeiten, sondern wir versuchen die Beine möglichst entspannt zu lassen und wirklich nur aus dem Trizeps und der Schulter das Ganze auszuführen. Man kann es natürlich auch schwieriger machen, indem man zum Beispiel die Beine erhöht und auf den Stuhl ablegt oder indem man sich hier noch eine Kurzhandel oder ein Gewicht auf dem Schoß platziert. Da sind natürlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt, um das Ganze schwieriger zu machen.